So, da bin ich auch wieder. Diesmal gab es einen nahezu gleichzeitigen Cut von uns beiden. Ich hab ein Papagei in euch. So, das ist jetzt erstmal das letzte Video vorm Leveln, denke ich mal. Genau, das wird jetzt das letzte sein und danach werden wir uns dann erstmal richtig dem Leveln hingeben. Ich werde vielleicht noch eins machen, wenn wir ins Lahterheim-Plateau dann reingehen. Um erklären. Um mal so das Gebiet zu zeigen. Na man, warum hat das keiner? Weil ich das noch nicht hab. Oh, hey, das kann nicht sein. Das Lauf. Mal das Taf-Sheep probieren? Ja, für dich ist es Taf. Das Thema hatten wir schon mal. Sonst ist es sehr stark. Ja, dann benutze euer Rising-Earring. Oh, wir nehmen den Beetle. Der ist diesen Challenge für mich. Ja, für uns stark. Das dürfte passen. So. Auf die Beetle, häp. Nein. Ich wollte mich zuerst ergreifen. Na, besser. Ja, es passt langsam. Langsam spielt sich auch da. Auch wieder wahr. Nein, im Final Fantasy, was er doch, was man raus wird eigentlich sehr, sehr gern hat. Nimm ich jetzt mal stark an. Oh, Angst, man hat die zum Fan-Fanzen-Teile. Soll ich probieren? Ja, ich hab die letzte geöffnet. Ich lieg einst zu nur den Führung. Ja, aber noch dank mir, weil ich gesagt hab, was du nehmen sollst. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Machen, ey. Wenn drei sich streiten. Nein, zwei sich streiten. Genau. Nimm du sie. Quatsch alle. Also, einmal hab ich schon. Äh, die zweite Zahl ist eine 3, 4 oder 5. Eine 3, 4 oder 5, sagst du, zweite Zahl. Ja. Die zweite Zahl ist ungerade, also ist eine 3 oder 5. Ähm. Was haben wir sonst noch? Nochmal. Exame. Äh. Ist größer als 32 und kleiner als 62. Oha. So. Äh. One of the two tickets ist 4, also muss es 43 oder 45 sein. Was soll ich auswählen? 45. Drei und vier. Drei und vier. Drei und vier. Drei. Du entscheidest. Drei und vier. V orientiert sich. Ich hab doch gesagt. Jakob 1. Mann, Mann, Mann. Egal. Der, 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 derchen. Hab ich ja eben schon mal gesagt, wie gerne ich dieses Spiel habe. Auch wegen der Musik und so weiter. Ja. Ja. dark hast du gelesen was ich dir geschrieben hatte muss mal schauen was hat mir geschrieben du willst ab stufe 10 tanken ach du machst ab 10 krieger ja mach mal goblin egal der weg ich kann auch noch weg holen obwohl möchte wahrscheinlich später parlor machen wollte ich eigentlich auch machen ach so ja dann bin ich überfragt ansonsten würde mich eigentlich noch ein aufgrund von 9 alldolz und welches Leben ist du mir also ich hätte noch auch verschiedene Prozent jobs übrig aber da müsste ich erst mittlerweile aussetzen bis er auch das Leben da schauen wir mal oder in dem Fall haben wir dann ein etwas ganz gutes und zum nächsten Gruppen nämlich einen PL ha haben Power Level ja okay da kann ich mein Red Match der uns dann etwas hochziehen wenn das dann soweit ist so Polmanin Brewer Prozent zu spät er hat uns ich kann jetzt etwas ganz böses sagen ein Gesichtsagro ha ha ich kann jetzt hast du hast du Paralyzed Nein ich habe noch keine weiteren Zauberwürde die ja noch sonstiges was schon Leer Leer Heufer nein war ich noch nicht muss ich jetzt erst so ich muss mich jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen heilen Leiter Gottes ist mein Heilen 1 so und hier sieht man das zum Beispiel mit dieser netten Katze die gerade vorbei rennt äh sehr reingekommen blau gemarktes und grünes Ausrufezeichen in ihren Namen das bedeutet die Suche nach einer Gruppe zum Level genau wird aber erst ab Level 10 eigentlich interessant sollen wir den Koppel nehmen der ist diesen Challenge oder even match für mich du wart noch auf da auf der jetzt eigentlich aufstehen könnte walte deines Amtes Tank Sau wie gesagt wenn ihr euch jetzt vorstellt das sind wir an unserer Zuschauerliste später wenn ihr euch das jetzt vorstellt wir würden jetzt die ganzen Level Parts hier hochladen das wäre extrem viel was da hochgeladen werden müsste und das 10.000 Stück werden wir glaube ich dann das wäre eigentlich viel zu viel um das hochzuladen deswegen bin ich eigentlich der Meinung dass man die Level Passagen rauslässt du bist aber ein perfektes Ziel für meinen Skill die sind ja ja ich oder was ähm braucht ihr irgendwas was die Aggro holt oder oh nein ist denn nun her Krabben ja auch muss ich immer an die dummen Krabben in Kuffthalter mitdenken uhr ach herrlich auch vor Ort gehen auch so wir wollen die Mühlen ältel Jörg das muss er herrlich aber nur schön Kram und Köln ist auf einmal kommt der große Drache hin da steht ein Drache hinter mir Grünschen Tod der schiebt mich gerade mit einer Kelle über die Wur herrlich du da den kannst du tanken hey darf tanken äh ja kleinen Moment bitte ich werde hier gerade abgelenkt geht nicht gibt's nicht ach ich bin nicht mehr mit meinem Team ach Entschuldigung so geht's aber ja tut mir echt leid das war gerade blöd meine Mutter spazierte war gerade der Meinung rein zu spazieren und nicht mal meine Zigarette anzuschauen Mütter Mütter genau naja wer angelt schon jemand ja das wird vermutlich ein ich würd mal sagen Real Money Trader oder kurz RNT sein Mütter aber ich würd mal also ich sag mal 60-60% 60-70% dass das einer ist ähm wie hier schön Fischof haben und dann für Geld verkaufen und dieses Geld dann an uns verkaufen wollen ja 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 so rückle kann ich ich bin aggro ich muss das hauen ich muss das hauen nö du bist immer aggro so und nu kommt die Grabe wir warten einfach mal auf dem hieler wozu hieler sind überflüssig hast du volle mp was verstehen ich war noch nicht aufgestanden so mein heilen hat es gespürt die sie sich mann eigentlich auch sehen dass ich vielleicht etwas mehr und ein bisschen es sind noch zehn zwei kopplens einen Tag wie war der Statt von dort noch ein Fischer der ist die Mensch um Vorsicht der Kompon zu gehen der hat uns bereits okay der greift uns an würde ich mal sagen Boxen und warum wo Paralyse ist ganz wenn man da zu aus oder anderes sind und ist paralysiert sind die gezündet und weg so und ich mache jetzt hier was den Kampf ich bin tot verdammt ich hab doch so schnell gemacht mehr das kann auch nicht wahr sein ach so und ich mache jetzt hier einfach mal Karte und sage auch und ich zeige mir vor Ort wie man sich wiederbelebt ähm genau und das war's für mich so wichtig anfang ich hier solltet da jetzt weggehen weil da steht irgendwie noch ein Fischer so äh ja gut so also für mich weil ist jetzt die Aufnahme jetzt fürs erstes mal beendet für mich jetzt auch ich mache hier jetzt einen Cut auch wieder gebalzt ähm darf ihn dann meldet sich ab bis bald tschüss ja 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 ja